Servus, grüß euch, heute Einweihungskick, Basketball und Fußball. Ziemlich geil hier auch. Geil, ich spiele. So, kleine Pause, Marke meint bei Schock. Ganz klare Führung für das Karierte Team, hier rückt. Das ist Manuel Neuer, Heiko Westermann, Stock Daniel dabei. Ich habe wirklich gern Basketball gespielt, aber das ist geil. So, für mich, als derjenige, der wenig Sport macht, ist es ein bisschen anstrengend gewesen. Jetzt wäre ich schon an die Grenzen gekommen. Ja, genau. Die Schüsse werden fester. Vorgestern waren wir an der Baustelle und jetzt spielen da die Profis Fußball, Basketball, etc. Das ist Wellness und das ist Sport. Michael meint, dass du Sport in den Stock. Cool, dass du unsere Halle eingeweiht hast. Die Halle ist mir so richtig eingetreten worden. Stocks neue Sporthalle. Auf geht's. Auf geht's. Nach dem Skifahren werden wir ab und zu in die Halle gehen, zum ein bisschen trainieren. Die Profis waren wie Amateure, oder? Wir haben gewonnen. Ich war eigentlich zum Skifahren in Zillertal. Stocks, the one and only. Das ist ein Bier, auf geht's. Das macht's an die Schüsse, der hat jetzt schon wieder rein. Das macht's das Gerät für unseren Platz. Bis zum nächsten Mal. Also, ich habe den Beste sehrอนate, aber auch die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.